Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zu einem Update, was Flyback Solutions angeht. Habe ich jetzt länger kein Video dazu gemacht, aber sie haben einen neuen Bereich. Sie haben einen neuen Shop erstellt, wo man, und ihr habt das am Titel vielleicht schon erkannt, Geschenkkarten von Amazon, von Xbox, von Douglas, von Ikea, keine Ahnung, Apple iTunes, Google Play und, und, und. Komplett ohne KYC, also komplett anonym mit Kryptowährungen kaufen kann. Und das, was hier aber noch einmal großer Vorteil ist, es ist nicht so wie bei der KYC-freien Kreditkarte, die übrigens mega geil funktioniert, genauso wie die goldene. Ich habe das in den Videos vorgestellt, ich blende sie nochmal ein, falls das jemand interessiert. Nein, bei den Giftkarten, also bei den Geschenkkarten, braucht man keine Token kaufen. Man muss sich nicht irgendwie sagen, okay, ist mein Eintrittsgeld so auf die Art, wie ich es ja auch bei den anderen Karten gesagt habe. Nein, einfach nur anmelden, das heißt ein E-Mail-Passwort erstellen und dann hat man Zugriff auf diesen Store und kann diese einfach mit Kryptowährungen kaufen, ohne dass man irgendwie separat noch irgendwas, ein Token investieren muss. Link zu den Shop habt ihr in der Videobeschreibung, schaut euch das mal an. Wir gehen aber jetzt auch durch im Detail, was es alles für Giftkarts gibt und in welchem Bereich das ausmacht ist. Ihr werdet mal Unterschiede sehen, zum Beispiel habe ich gesehen, Amazon in Deutschland bis zu 5.000 Euro Giftkart, in Österreich wiederum nur bis zu 1.000 Euro, auch kein Problem. Ich kann mir 5 kaufen in dem Fall, wenn man das jetzt so sieht. Aber es ist ja auch so, Flyback, ich muss ja auch ehrlich sagen, bevor wir uns jetzt die Karten anschauen, ich habe das alles ein bisschen unterschätzt. Ich habe das auch in meinen Videos gesehen, habe immer gesagt, okay, seht diese Token nicht als Invest, seht das mehr oder weniger als Eintrittskarte. Es ist jetzt der offizielle Launchdatum und wenn man auch schaut, wie viel von diesen ganzen Token jetzt eigentlich gelockt sind, glaube ich, dass das echt gut funktionieren kann. Ich bin gespannt nach den Launch, was hier eben noch weitergeht. Aber Flyback allgemein, dieses ganze Projekt hat so viele geniale Use Cases, wie ich es eigentlich selten wo gesehen habe. Genau, aber genug dazu jetzt. Wir schauen sich das mit dem Token Launch später noch an. Wir sind jetzt in den Shop. Und das siehst du jetzt hier. Wenn du dich registriert hast über diesen Link, beziehungsweise dich angemeldet hat, Passwort, E-Mail erstellt, Sache erledigt, dann hast du sofort Zugriff und dann sieht das so aus. Du kannst hier weiterhin auch diese virtuelle Kreditkarte ohne KYC holen oder die goldene VIP-Karte. Das funktioniert hier natürlich auch. Schaut euch die Videos an, die ich hier für euch habe. Aber ihr könnt das hier drinnen natürlich machen. Es ist einfach nur, dass man das Investment macht. Dann bekommt man die KYC hier. Oder hier braucht man auch die Token. Dann bekommt man hier nämlich die virtuelle Kreditkarte zugesendet, per E-Mail und kann sie ausgeben. Aber was wir uns heute anschauen, was wirklich spannend ist, die Gift Cards. Und das ist tatsächlich, ich habe das gesehen. Ich habe noch nichts gekauft, aber das ist wirklich, wirklich verrückt. Als allererstes sollte man mal das Land auswählen. Ich gehe jetzt mal hier nach Österreich, weil ich hier gerade in Österreich sitze. Und dann sieht man hier schon, was es so gibt. Man hat ja Auflistungen. Xbox zum Beispiel bis 75 Euro. Playstation 50 Euro. Playstation 100 Euro. Amazon 1000 Euro. Also bis 1000 Euro kann ich selbst wählen. Und hier Playstation geht es weiter. Es gibt ein paar Dinge. Vieles kenne ich gar nicht. Ich meine, Sixty ist ja auch cool. Das Pack B sagt mir auch nichts. Ihr müsst, wenn ihr Seiten weitergeht, ein bisschen hinhoch scrollen. Das ist nämlich hier oben und nicht unten. Das haben mich am Anfang verwirrt, weil ich dachte, ich habe hier zu wenig Gutscheine. Aber es geht hier weiter. Ihr seht das ja eh schon. Wirklich jede Menge an Gutscheinen hier drinnen oder Geschenkskarten, die man hier holen kann. Ich weiß nicht, ich glaube drei oder vier Seiten sind in dem Fall jetzt drei. Auch Netflix, hier nochmal Playstation und ein paar andere Dinge. Wenn wir uns das jetzt zum Beispiel mit Deutschland anschauen. Germany. Irgendwie bekomme ich das jetzt nicht hier. Germany. Germany hat einen großen Vorteil in verschiedenen Dingen. Habe ich gesehen. Game World Germany sehe ich da jetzt. Free Fire Diamonds. Ich kenne vieles nicht. Aber ich muss sagen, die haben insgesamt viel mehr Auswahl. Douglas Germany. Google Play haben sie hier. Das war in Österreich auch. Wir jetzt aber weiter schauen. Apple iTunes Store. Auch sehr gut. Paysafe Card. Auch mega genial. Irgendwo habe ich aber vorher gesehen der Amazon. Amazon bis zu 5000 Euro aktuell. Das ist richtig heftig. Otto Germany. Playstation geht weiter. Net Dragon. Ich sage, ich kenne vieles nicht. Was hier ist. Ikea kann da glaube ich auch sehr spannend für viele sein. Mango. Dieser Kleidungsteuer. Eher was für die Ladies. Ja. Geht es aber wieder zurück zur Seite. Also hier sind es nur zwei Seiten. Aber insgesamt gibt es mehr Auswahl an Shops, die ich persönlich interessant finde. Ich bin auch stark der Vermutung, dass das hier nicht alles sein wird. Also es ist jetzt ganz frisch der Shop, sondern dass diese Geschenkkarten vermutlicherweise auf jeden Fall erweitert werden. Und damit eben noch hier viel mehr Auswahl sein wird. Auf jeden Fall ist das insgesamt sehr, sehr spannend und super einfach zu bedienen. Link habt ihr in der Videobeschreibung. Da einfach E-Mail angeben, Adresse, am Passwort angeben. Dann habt ihr sofort Zugriff auf diesen Shop. Und könnt schon komplett anonym diese Geschenkkarten mit Kryptowährungen kaufen. Natürlich immer die gegelteten Gesetze beachten. Hier in Deutschland habt ihr es ja noch ein bisschen einfacher. Weil nach einem Jahr aktuelles Gesetz ist ja noch so, soviel ich weiß, habt ihr eure Kryptowährungen steuerfrei. Und das heißt, man kann diese eigentlich hier dann wunderbar nutzen, um diese Geschenkkarten zu kaufen. Und vielleicht noch, weil ich es vorhin im Video erwähnt habe. Am Anfang des Videos, der Token-Launch, das sehen wir hier. Get ready for the official launch. In 76 Tagen ist der offizielle Token-Launch vom Flyback eben oder beziehungsweise findet dieser statt. Das heißt, alle Token, die dann bis dorthin sind, stehen dann eben zur Verfügung mit einem Locking und ähnliches. Das kommt aber noch in einem separaten Video. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel meine 1000 Dollar, die ich damals genommen habe, um diese goldene Karte zu holen, sind aktuell 1800 Dollar wert. Und das heißt jetzt, wir sind bald aber sicher soweit, damit wir diese Token eigentlich zur Verfügung haben. Also, wie auch schon vorhin erwähnt, ich bin echt begeistert, was Flyback hier auf die Beine gestellt hat. Wiedererwartend. Also, für mich war es ja wirklich nur so, hey, der Use Case, mega genial, den nutzen wir einfach. Man kann hier diese Debitkarten holen. Man kann hier diese, also diese KYC-freie, anonyme Debitkarte, beziehungsweise goldene, auch super genial. Und jetzt noch diese Gutscheine, diese Giftcards, finde ich, also vor allem ohne, dass man Tokeninvestment machen muss, hey, ist einfach nochmal ein Sprung nach vorne für mich jetzt gesehen, was dieses ganze Projekt irgendwie nochmal trustfuller macht. Genau. Ansonsten, ja, wenn es noch Fragen gibt, ihr könnt das gerne in den Kommentaren schreiben. Ich schaue es, was ich so gut wie möglich beantworten kann. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.